Aufnahme, 3, 2, 1, klar. Spider-Donut, Spider-Sider, Spider-Donut eingedeckt. Und ja, jetzt setzen wir endlich unseren Weg fort, wollte ich sagen. Walten aber erstmal Gnade. Swing your arms, Baby. Einmal abdancen. Und so, 2 Gold bekommen. Wunderbar, ich denke mal, ich bin soweit ganz gut gerüstet. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich einmal, aber so wie ich das richtig sehe. Ja, so wie ich es richtig sehe, ist diesmal das Lautstärkeproblem. Die ersten 2 Folgen waren musikalisch doch ein bisschen laut. Aber jetzt dürfte das, denke ich mal, recht angenehm sein. A pair of vegetoids came out of the ground. Alles klar, ich hab Hunger. You pet your stormatch. Weget your thoughts off as a healthy meal. Eat your greens. Ah. Uh. Au. Ja, das war ja super. So, ich hab Hunger. Eat your greens. Ah. Ja, ganz toll. Ich krieg eher eine reingezimmert. 2 HP Verlust, das ist schon ein bisschen bitter. Bitter. Ja, ich will ja... Ernsthaft. Äh, mein Gemüse essen. Eat your greens. Ja. Na, also, geh doch. Double Spare. Und 8 Gold bekommen. So, dann verfahren wir jetzt endlich mal weiter mit dem Rätsel. Äh, don't pick on. Finally, someone gets it. Jo. Ah, ha, ha, ha. Ah. Huh. So. 5 Gold bekommen. If you can read this, press the red switch. Alles klar. So. Äh, mit gut Glück krieg ich es hin, mich voll zu heilen. Beziehungsweise 19 HP ernsthaft. Ich würde die fast bekämpfen wollen, weil das ist echt einfacher. Aber das wäre schon der falsche Weg, den ich einschlagen würde. Äh, merci. Eieiei, das war knapp. Hoch. So. Äh, wie gesagt. Ernsthaft. Äh, der eine Weg. Ähm. Man kann das Spiel auf mehrere André spielen. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon gesagt. Äh, aber das wäre mehr oder weniger der einfachste Weg. Aber auch zugleich der brutalste Weg in Undertale. Und das, was ich mache, ist das mal, äh, der neutrale Run. Neutral Run. Oder Neutral Run, wie er genannt wird. Oh, shit. Don't pick on. Au. Don't pick on. Oh, und ich renne da auch noch voll rein. Double Spare und 10 Gold. So schön. If you can read this, press with green switch. Warte hier. Ha, perfekt. Oh, ihr macht mich hier echt noch fertig. Aber ich kriege Gold zusammen. Und hab schon wieder 45 Gold. Die werde ich auch gut gebrochen können. So, mal schauen, was war hier nochmal. Rabbit, rabbit. Just between you and me. I saw Toriel come out of here just a little while ago. She was carrying some groceries. I didn't ask what they were for. We're all too intimidated to talk to her. Rabbit. Also, so gut ist, ey. Oh, das sieht doch schön aus. Hier finden wir ein Spielzeugmesser. Können wir jetzt auch ausrüsten. You have good, the toy knife. Und wir haben jetzt drei Attacke-Punkte und drei Defensiv-Punkte. Und das, was wir im Hintergrund gesehen haben, da kommen wir auf alle Fälle noch hin. Also, ich hoffe, übrigens, wie gesagt, dass jetzt... Oh, dear. Das dauerte länger, als ich dachte, es würde. Wie hast du hier, mein Kind? Hast du gehört? Ich will mich doch mal entschuldigen. Mein Englisch ist leider nicht mehr das Beste. Das letzte Mal, als ich Englisch gesprochen habe, war... So. Ähm... Wann habe ich das letzte Mal Englisch gesprochen? Das war 2009? 2010? Da habe ich das letzte Mal vernünftig Englisch gesprochen. Seeing such a cute, tidy house in the ruins gives you determination. Speichern. Do you smell that? Surprise! It's a Butterscotch Cinnamon Pie. I thought we might celebrate your arrival. I want you to have a nice time living here. So I will hold off on Snail Pie for tonight. Here, I have another surprise for you. This is it. A room of your own. I hope you like it. Aww. Is something burning? Um... Make yourself a towel. Okay. Schauen wir uns das mal an. You have seen this type of plant before, but do not know its name. Mhm. Okay. Nope. Inside the drawer are flower seeds and some broken crayons. Oh. It's you. You have seen... Okay. Nicht schlimm. Room under renovations. Okay. Oh, die scheint Torriels Raum zu sein. You peek inside. Skandalous. It's Torriels Sockdrawer. Schön. It's an encyclopedia of subteran plants. You open to the middle. TIPA. A group of wetland flowering plants with brown or blonde seed pots. None more commonly as water sausages. Schön. Definitely bigger than a twin-sized bed. Ja, das stimmt. It's Torriels Diary. Read the circle passage. Yep. Und das werde ich noch abfragen. Das kommt nämlich in einem Test vor. You read the passage. Why did the skeleton want a friend? Because she was feeling... BODLY. The rest of the page is filled with jokes of a similar caliber. Just a regular old bucket of snails. Ah, the cactus. Truly the most thunderer of plants. So, schauen wir mal. Noch mal mit der ist der Pflanze hier. Oh, it's a water sausage. These books are worn. They must have been read many times. Oh, Keller. I think you should play upstairs instead. Okay. Dürfen wir also nicht in den Keller. Sagt bloß, Torriel hat Leichen im Keller. Inside ist ein alt Kalender from the beginning of 21... Ja. 2000 und... Ja. 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Wir wissen es nicht. So. The ends of the tools have been filled down to make them safer. Schön. It's a history book. Here's a random page trapped behind the barrier and fearful of further human. attacks, we retreated. Far, far into the earth walked until we reached the cavern's end. This was our new home, which we named Home. As great as our king is, he is pretty lousy and naps. Sehr schön. Hello there, little one. The pie has not cooled down yet. Perhaps you should take a nap. Okay. Sweet dreams. The fire isn't burning hot. Just pleasantly warm. You could put your hand inside. Gehen wir erstmal rein. Oh, da ist der Kuchen. What a nice smell. Too hot to eat. Verauf. The stove top is very clean. Toriel must use fire magic instead. Okay. Okay, Kuchen ist noch heiß. Der Kuchen ist noch heiß. Der Kuchen ist noch allein. Wir kriegen noch ein Stück auf alle Fälle. Where is some white fur stuck in the drain? For some reason, where is a brand name chocolate bar in the fridge? Okay. Okay. Dann... Das ist das Beste. Look at these cool toys. We don't do the rest yet. Gute Nacht. Gute Nacht. Kurz einen Schluck getrunken. Muss sein bei dem Wetter. You found a slice of butterscotch cinnamon pie. Sehr schön. Und wir haben ein Stück Kuchen. Schauen wir mal. Info. Butterscotch pie. All happy. Butterscotch cinnamon pie. One slice. Also, der Kuchen hält uns soweit alle happy. Sehr schön. Fangen wir. Sprechen wir mal mit Toriel. Up already, I see. I want you to know how glad I am to have someone here. There are so many old books I want to share. I want to show you my favorite bug hunting spot. I've also prepared a curriculum for your education. Which may come as a surprise to you. But I have always wanted to be a teacher. Actually, perhaps... But it isn't very surprising. Surprising. Still. I am glad to have your living here. Oh, did you want something? What is it? Äh, nichts. Well, talk to me again if you need anything. So, der Kuchen ist bestimmt abgekühlt. Darf ich noch mehr davon nehmen? The size of a pie... ...intimidates you too much for you to eat it. Oh, komm, noch ein Stück. Oh, hello. Did you want to hear about the book I am reading? It is called... 72 uses for snails. How about it? Hm, sure. Here's an exciting snail fact. Did you know that snails... ...make terrible shoelaces? This is... ...interesting. Yep. Well, bother me if you need anything else. Okay, this is auch unterschiedlich. Ich hab's schon mal gewusst. Äh, so, so. So, did you know that snails... ...talk... ...very... ...slowly? Just kidding. Snails don't talk. What is it? Äh, nothing. Okay. How to exit the ruins? I have to do something. Stay here. Und da geht sie. Seems like the right size for Toriel. Das erste, was ich erstmal machen möchte... ...erstmal speichern. Einfach so. Weil's mal wieder Zeit wird. Und jetzt gehen wir mal in den Keller runter. Oh, und Centauriel. You wish to know how to return home, do you not? Ahead of us lies the end of the ruins. A one-way exit to the rest of the underground. I am going to destroy it. No one will ever be able to leave again. Now be a good child and go upstairs. Aber... Ey! Ich will doch nach Hause. Every human that thoughts down here meets the same fate. I've seen it again and again. They come, they leave, they die. The naive child. If you leave the ruins, they... Esgore will kill you. I am only protecting you. Do you understand? Go to your room. Do not try to stop me. This is your final warning. Oh, unsere letzte Warnung. You want to leave so badly? You are just like the others. There's only one solution to this. Prove yourself. Prove to me, you are strong enough to survive. Toriel blocks the way. Goldbomb! Nein! Reden wir mit dir erstmal. Oder, nee, erstmal checken. Toriel. Attacke 80, def 80. No is best for you. Oh, ja. Oh, au! Und kriegen gleich mal hier eine reingezimmert. Talk. You couldn't think of any conversation topics. Ah, ha 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 ha. Ah, ha ha ha. Ach, come. You try to think of something to say again, but... Ah. Oh. Jesus. Ironically, talking does not seem to be the solution of a situation. Oh, Gott. Oh. Puh. Okay. Ja, okay. Bringen. Äh, getreten bringt nichts in dieser... Sicht! Oh. Hab Gnade. Ai, 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 ai. Gnade. Gnade. Hopp. Puh. Gnade. Ich will nicht kämpfen. Au. Da muss ich noch gucken, wie ich da geschickt ausweiche. Aber solange ich nur zwei HP fresse... Oh, das war gut. What are you doing? Ja, was denn wohl? Ich... Aua. Ich will nicht kämpfen. Ich glaube, ich erst mal einen Spider-Donut. Ich will dich verschauen. Attack or run away. Nein, will ich nicht. What are you proving to this way? Ja, was denn wohl? Ich will dich nicht... Aua. Au. Au. Oh Gott, ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Attacke ausweiche. So. Sehr schön. Stop it. Ja, mit was? Aua. Stop looking at me, that way. Ah. Mann, ich verdrück mich immer. I don't want. Ja, toll. Ich glaube, hier ist noch ein Spider-Donut. Oh. Oh. Au. Ah. Verschone mich. Lass mich... Oh, Gott sei Dank. Pfuh. Wir haben sie so weit. Toria takes a deep breath. I know you want to go home, but... But please, go upstairs now. Okay. Okay. I promise I will take good care of you here. Ja, das glaube ich dir, aber ich muss gehen. I know we do not have much, but... We can have a good life here. Why are you making this so difficult? Please, go upstairs. Pathetic, is it not? I cannot save even a single child. No, I understand. You would just be unhappy trapped down here. The ruins, you are very small once you get used to them. It would not be right for you to grow up in a place like this. My expectations, my loneliness, my fear. For you, my child, I will put them aside. If you truly wish to leave the ruins, I will not stop you. However, when you leave, please do not come back. I hope you understand. Goodbye, my child. Goodbye. Ja, goodbye. Und zwei Spider-Donuts musste ich essen. Und die hat ganz schön Schaden reingezimmert. Auf jeden Fall hat das Spielzeugmesser noch eine Bedeutung. Behaltet euch das mal am besten im Hinterkopf. Ich hoffe, ich werde echt noch warm mit dem Kampfsystem. Und zwar richtig. So. Am Sonsten, ja. Am Sonsten habe ich echt noch die Arschkarte, um es mal höflich zu sagen. So. Dann würde ich sagen, wir gehen zur Tür. Aber bevor wir zur Tür rausgehen, würde ich sagen, was ist das von meiner Seite aus hier? Ich habe ein bisschen überzogen und ich will bei 20 Minuten Folgen bleiben. Und würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir, was sich hinter dieser Tür befindet. Der Ausgang vielleicht. Und, ja, würde ich sagen, was ist das von meiner Seite aus hier? Ich hoffe, Undertale hat euch soweit bisher gefallen. Falls ihr bitte abonnieren und kommentiert gut bewerten, würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Undertale. Ich wünsche euch alles Gute. Macho Malka für heute. Eure Naut. Tschö, Mette.